1, 2, 1 Ja, hallo Leute, ich glaube das habt ihr gerade gesehen, das war gerade ganz schön krass, also falls ihr es gesehen habt, ich bin hier aus Versehen wirklich von einer 9 Meter hohen Klippe gefallen. Das war extrem krass, ja, ja und ihr habt auch gesehen, dass ich wahrscheinlich bewusstlos war, das hat man glaube ich gesehen. Zum Glück war hier Mathis mein Freund und hat mich gerettet gehabt, ja und ja, sonst wäre ich jetzt wahrscheinlich hier nicht mehr am Leben. Dankeschön dafür Mathis. Ja, passt immer auf euch auf. Schönen Tag noch.